Herzlich willkommen, liebe Bad Oeynhauser, zu meinem ersten Video als Bürgermeisterkandidat der FDP Bad Oeynhausen. Mein Name ist Henrik Böker, ich bin 46 Jahre alt, selbstständiger Architekt, verheiratet und habe einen Sohn. Seit gut drei Jahren bin ich nun wohnhaft in Bad Oeynhausen. Mein Unternehmen ist auch seit Anfang des Jahres nun in Bad Oeynhausen. Ich möchte mich bewerben bei Ihnen als Kandidat für Bad Oeynhausen, für eine bessere Stadt, für eine bessere Organisation unserer Stadt und für Projekte, die auch realisiert werden. Für weitere Informationen zu unserer schönen Kurstadt und Fragen zu unserer Arbeit wenden Sie sich an info.at ftp-bad-oeynhausen.de oder folgen Sie unseren Social Media Kanälen der FDP Bad Oeynhausen. Ich freue mich auf Ihre Rück-Info. Bis dann, Ihr Henrik Böker.